Wendel Rüttimann traf ich auf der Missionsstation und Definet quasi Zabantu. Er war für ein Interview bei Radio QC bereit und schrieb auch seine Lebensgeschichte, die ich hier wiedergebe. Stern zu Pfalzbild Stern Im Jahr 1956 geboren und im katholischen Glauben aufgewachsen, lebte ich mit meinen Eltern, fünf Schwestern und fünf Brüdern in Magdenau in der Schweiz. Die Eltern bewirtschafteten einen Pachtbetrieb vom Kloster Magdenau mit einem Gasthaus und Landwirtschaft. Als Junge war ich Ministrand im nahegelegenen Kloster, musste dabei lateinische Gebete lernen und bei großen Festen den Weihrauchbehälter bedienen. Daheim gab es jede Menge Arbeit. Kühe melken, Heu einbringen und Gäste im Restaurant bedienen, gehörten zu meinen Hauptaufgaben. Im Sommer hatten wir so viel Betrieb, dass die Ausflugsgäste oft auf einen Platz der 300 vorhandenen Sitzplätze warten mussten. Später erlernte ich den Berufe eines Elektrikers, aber danach fand ich keinen Arbeitsplatz. Deshalb arbeitete ich in verschiedenen Hotels als Saisonkellner. In der Zwischensaison war es mir möglich, die Hotelfachschule zu besuchen. Um meine Finanzen aufzubessern, fuhr ich dreimal wöchentlich Taxi von abends sieben bis nachts eine Uhr. An den Wochenenden half ich dann im äterlichen Gasthaus. In dieser Zeit lernte ich meine spätere Frau Monika kennen. Sie war jedoch nicht für einen Gasthof zu begeistern, weil doch die Familie zu kurz käme, vor allem die kleinen Kinder. Ihre Argumente leuchteten mir ein. Stern Zufallsbild Stern Ich stieg wieder in meinen erlernten Beruf als Elektriker um und fand dann auch bald eine passende Arbeitsstelle. Im Herbst 1979 feierten wir unsere Hochzeit. In den kommenden Jahren wurden uns zwei Mädchen und zwei Jungen geschenkt. Später konnte ich ein eigenes Haus bauen und ein Geschäft eröffnen. Ein dubioser Fortbildungskurs und seine Folgen was als ein harmlos klingender, vielversprechender Fortbildungskurs für Geschäftsleute angepriesen wurde, entpuppte sich als ein Kurs mit okkulten Praktiken. Die Kursteilnehmer, darunter ich, wurden mit undefinet-atogenem Training, undefinet-Yoga, undefinet-Pendeln, undefinet-Astrahl-Reisen und undefinet-Meditation bekannt gemacht. Der Kursleiter versprach uns, dass man unbegrenzt alles erreichen könnte, wenn man diese Praktiken anwendet. Für uns war ja der Zweck des Kurses, mehr Erfolg im Geschäftsleben zu haben. Damals hatte ich leider noch keinerlei Kenntnisse darüber, wie gefährlich diese okkulten Praktiken sind. Zusammen mit dem Kursleiter machten wir dann die erwähnten Übungen, wobei buddhistische Formeln und Gebete vom Leiter gesprochen wurden, die wir nicht verstanden. Der krönende Abschluss sollte ein undefinet-Feuerlauf über glühende Holzkohlen mit nackten Füßen sein. Fasziniert von der Vorstellung, dass man unbeschadet solch ein übernatürliches Experiment vollbringen kann, machten alle zwölf Teilnehmer mit. Wie hypnotisiert lief einer nach dem anderen über die 600 bis 700 Grad heißen Kohlen. Keiner spürte irgendwelche Schmerzen. Niemand hatte Verbrennungen oder Blasen an den Füßen. Stern-Zufallsbild Stern-Nachdenklich machte mich aber ein kleines Nachspiel. Nach dem Feuerlauf wollte ich meine Socken wieder anziehen, als mich jemand darauf aufmerksam machte, dass zwischen meinen Zehen ein kleines Kohlestückchen zurückgeblieben war. Beim Entfernen verbrannte ich mir die Finger. Wendel-Rüttimann berichtet weiter, dass ich einem teuflischen Betrug zum Opfer gefallen war, sollte ich bald zu spüren bekommen, und nicht nur ich, sondern auch meine ganze Familie. Mehr Erfolg im Geschäftsleben war uns in dem Fortbildungskurs versprochen worden. Diese Aussicht ermutigte mich und erfüllte mich mit großen Erwartungen. Es veranlasste mich, den Kauf eines Mehrfamilienhauses für 3,5 Millionen Schweizer Franken abzuschließen. Durch Zinserhöhungen und vermehrte Bankforderungen wurde dieses Projekt ein Misserfolg. Zu den finanziellen Schwierigkeiten kamen Spannungen in unser Familienleben. Unser bisher harmonisches Eheleben und Definet veränderte sich drastisch. Wir verstanden uns oft nicht mehr. Meine Zornesausbrüche vergifteten die Atmosphäre und störten das ganze Familienleben. Stern-Zufalls-Bild-Stern An dieser Stelle lasse ich meine Frau Monika zu Wort kommen, nachdem mein Mann diesen Erfolgskurs für Geschäftsleute absolviert hatte, veränderte sich sein Verhalten so, dass ich meinte, es wäre nicht mehr der Mann, den ich geheiratet hatte. Bisher führten wir eine gute, harmonische Ehe. Wir hatten uns zum Beispiel angewöhnt, den Ratschlag einer Verwandten bei unserer Hochzeit zu beherzigen. Sie hatte damals gesagt, geht nie zu Bett, bevor ihr nicht alles zwischen euch in Ordnung gebracht habt. Das entspricht dem Wort des Apostels Paulus im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 26, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Diese Angewohnheit hatte nun plötzlich ein Ende. Stattdessen hatte ich einen zornigen Mann mit einer in völlig veränderten Verhalten. Ein Erlebnis aus jener Zeit erschreckte mich so sehr, dass ich es nie vergessen habe. Eines Tages stellte mein Mann eines unserer Kinder auf eine Mauer und forderte es auf, nun springt zu Papa, vertrauensvoll sprang das Kind. Aber anstatt es aufzufangen, wie er es früher oft getan hatte, ließ mein Mann das Kind in den Schmutz fallen mit den Worten, siehst du, so ist eben das Leben. Das Kind fühlte sich natürlich vom Vater im Stich gelassen und verlor wohl auch ein gewisses Vertrauen zu ihm. Große Not bereitete mir, dass mein Mann sehr oft unterwegs war, ohne dass ich wusste, was er tat oder wann er nach Hause kommen würde. Besonders schlimm war für mich, dass die Kinder spürten, dass wir als Eltern uns nicht mehr verstanden und uneins in der Erziehung waren. Die Kinder nutzten diese Situation zu ihren Gunsten aus, was sich für unser Familienleben schädlich auswirkte. In dieser Zeit befand ich mich in einem total hilflosen Zustand. Viele Tränen sind damals geflossen. Stern Zufallsbild Stern totaler Bankrott Meine private und geschäftliche Talfahrt nahm ein erschreckendes Ausmaß an. In meinem Geschäft machte sich eine kleine Wirtschaftskrise bemerkbar, die ich finanziell nicht mehr verkraften konnte. Alle Versuche, private Bürgschaften aufzunehmen, scheiterten. Es folgten schlaflosen Nächte, Nachtspaziergänge, Selbstmordgedanken. Den totalen Bankrott vor Augen, wollte ich diesem Chaos ein Ende bereiten. Mit dem festen Entschluss, entweder von einer Brücke zu springen oder mich vor den Zug zu werfen, lief ich an einem Morgen in den nahegelegenen Wald. Als ich noch über die Art meines undefiniert Selbstmordes nachdachte, begegnete mir ein alter Mann mit drei Hunden. Auf meine Frage, warum er so früh am Morgen im Wald spazieren ging, antwortete der Mann, »Wissen Sie, mich weckt immer ein schrecklicher Traum aus dem Schlaf. Ich bin nämlich ein pensionierter Logführer. Einmal im Monat träume ich immer von einem der sieben Selbstmörder, die mir vor den Zug gesprungen sind. Ich sehe dann wieder das Blut an die Windschutzscheibe meiner Logspritzen und überall die Leichenteile umherfliegen. Nach solch einem Traum gehe ich dann immer mit meinen Hunden in den Wald, um diese schreckliche Erinnerung loszuwerden. Zufallsbildstern Nach diesem Gespräch war ich so geschockt, dass ich meinen Selbstmordplan fallen ließ und nach Hause ging. Geschäftskonkurs und die Wende Inzwischen stand der Konkurs meines Geschäftes bevor. Ohne mein Wissen hatte die Bank all meine Kunden angewiesen, die zu bezahlenden Rechnungen nicht mehr auf mein Konto zu überweisen, sondern direkt bei der Bank zu bezahlen. Auch Zahlungsaufträge an meine Lieferanten führte die Bank nicht mehr aus. Ein Kohlkurs war also unvermeidbar. Außerdem musste ich meinen Angestellten fristlos kündigen, da die Löhne nicht mehr bezahlt werden konnten. In dieser hoffnungslosen Lage besuchte mich ein Geschäftsfreund und erkundigte sich nach meinem Befinden. Er wusste nichts von meiner Situation, und ich erklärte ihm, wie es momentan um mich steht. Mein Geschäftsfreund erklärte mir daraufhin, heute Morgen, bevor ich aus dem Haus ging, habe ich noch ein Losungswort in meine Jacke gesteckt. Ich hatte geschäftlich in deiner Gegend zu tun und hatte plötzlich das Gefühl, dich besuchen zu müssen. Ich bin nun hier und weiß genau, dass dieses Losungswort auf der kleinen Karte für dich bestimmt ist. Mit diesen Worten gab er mir das Kärtchen mit der Aufforderung, es zu lesen. Es stand folgendes darauf. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Matt 11,28 Das war die perfekte Lösung für meine Probleme. Dieses mächtige Wort aus Jesu Mund war für mich bestimmt, und ich spürte förmlich, dass Jesus schon lange auf mich gewartet hatte und mir meine Sorgen und Nöte abnehmen will, damit ich Frieden bekomme. Wie dankbar war ich, dass Markus, mein Geschäftsfreund, mir diese frohe Botschaft gebracht hatte. Instinktiv hatte ich das Verlangen nach einem so lebendigen Glauben, wie ihn Markus ausstrahlte. Am Ende seines Besuches lud er mich und meine Frau zu einem Vortrag der Internationalen Vereinigung christlicher Geschäftsleute, IWG, ein. Wir nahmen die Einladung an und gingen hin. Das Thema, Menschheit am Wendepunkt, bewegte mich derartig, dass ich meinte, es wäre speziell vom Referenten für mich ausgesucht worden. Am Beispiel des verlorenen Sohnes Iluq. 15, 11 bis 32 sah ich mich in einer ähnlichen Situation. Spät an diesem Abend ging ich noch zu meinem Vater und entschuldigte mich bei ihm für meine Fehler und meine Schuld und bat ihn um Verzeihung. Auch bei anderen Menschen konnte ich mit Gottes Hilfe Dinge in Ordnung bringen. Stern zu Faltsbild Stern Als Familie fassten wir mehr und mehr Vertrauen auf Gott, unseren himmlischen Vater. Erstaunlicherweise waren dadurch die Umstände in Verbindung mit dem Geschäftskonkurs keine übermenschliche Belastung mehr für uns. Immerhin mussten ja Geld, Haus, Geschäft, Autos und das gesamte Vermögen abgegeben werden. Wir hatten jetzt nur noch das Nötigste für den täglichen Gebrauch, einen Tisch, jeder einen Stuhl und ein Bett. Wir verließen uns drauf, dass der Vater im Himmel für uns sorgt und uns gibt, was wir brauchen. Plötzlich konnte ich auch frei beten, nicht mehr die gelernten Formelgebete aus der Jugendzeit. Und Gott erhörte unsere Gebete. Wir besuchten nun auch regelmäßig die Versammlungen der Ilk, was unseren jungen Glauben stärkte. Im März 1990 vollzogen wir die entscheidende Übergabe unseres Lebens an Jesus Christus. Dabei half uns das folgende Gebet, das ich mit Monika bewusst sprach. Herr, ich habe deinen Ruf an mich gehört und danke dir, dass du mich nicht vergessen hast, obwohl ich dich oft vergaß und nicht an dich dachte. Ich hatte mich von dir abgewandt und ging meine eigenen Wege. Du aber hast mich nicht aufgegeben. Ich bekenne dir die Schuld meines Lebens und die unzähligen Fehler meiner Tage. Ich bitte, Herr, vergib mir meine Schuld und nimm mich als dein Eigentum an. Ich danke dir, Herr, für dein Sterben am Kreuz, und dass ich frei bin von Schuld, Angst und Hoffnungslosigkeit. Im Vertrauen darauf, dass du Ja zu mir gesagt hast, antworte ich nun mit einem dankbaren Ja. Ich will dein Eigentum sein und bleiben. Gib mir die Kraft, mich stets an dich zu halten und nicht zu verzagen. Zeige mir meinen Platz in deiner Gemeinde und in deiner dennoch geliebten Welt. Zeige mir meine Gaben und Fähigkeiten, damit ich sie einsetzen kann, wo du mich brauchst, und wo Menschen auf meine Hilfe warten. Mache mir dein Wort lieb und gib mir Mut, meinen Dank, meine Not und meine Bitten im Gebet vor dich zu bringen. Herr, verwandle mein Leben, dass es dir gehört und den Menschen zur Hilfe wird. Amen. Zufallsbildstern-Auswirkung der okkulten Betätigung Und trotz der Hinwendung zu Jesus Christus hatte ich mit massiven Angriffen der Finsternismächte zu tun. Die Auswirkung meiner Teilnahme an dem okkulten Fortbildungskurs machte sich nun bemerkbar. Es stellten sich furchtbare Träume ein, bei denen ich laut schrie, so dass mich Monika jedes Mal wecken musste. In solchen Träumen fühlte ich Folter und Qualen durch finstere Gestalten, die nach mir griffen, mich wirkten und an den Gliedern zerrten. Bei dieser Tortur bekam ich keine Luft mehr. Das war so schlimm, dass ich mich vor dem Einschlafen fürchtete. Da wir nicht wussten, wie wir diesem Problem begegnen sollten, beteten wir jedes Mal nach einer solchen Attacke. Dabei war uns der 91. Psalm eine große Hilfe. Nachdem sich diese finsteren Angriff über einen langen Zeitraum immer wieder einstellten, wurde mir klar, dass ich nur eine Befreiung aus den okkulten Belastungen erfahren würde, wenn ich das ganze Problem mit einem Seelsorger bespreche. Das geschah dann auch. Der Seelsorger tat dann das, was in solch einem Fall die einzige Möglichkeit zur Befreiung ist, er gebot den finsteren Mächten im Namen Jesu Christi zu weichen. Ich war immer der Meinung, dass der und definet Teufel einen Menschen nicht mehr angreifen kann, sobald er sich zu Jesus Christus bekehrt hat. Durch diese geschilderten Vorgänge wurde ich eines Besseren belehrt. Und definet Satan benutzt jedes Einfallstor, das er findet. Das sind nicht nur okkulte Bindungen, sondern auch Dinge in einem Leben, die zwischen ihm und Gott stehen. Stern zu Falls Bildstern meine Erfahrung ist, dass dazu auch die kleinen Dinge gehören, die ich dann ebenfalls in der Seelsorge bekannte. Die Bibel lehrt uns, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Hohes 2, 15 Zurück zu meiner schwierigen Lage nach dem Konkurs. Wir beteten viel darum, wie es nun weitergehen sollte. Gott war bereits am Wirken, ohne dass wir es wussten. Eines Tages erhielt ich von meinem ausländischen Lieferanten eine Anfrage, wie denn die bestellten Produkte bei meiner Schweizer Kundschaft eingebaut werden sollten. Ich musste erklären, dass ich weder ein Fahrzeug noch Werkzeug oder Geld dafür hatte, da ich in einem Konkursverfahren stecke. Einige Tage später rief mich dieser Fabrikant wieder an und machte mir einen unglaublichen Vorschlag. Ein Abteilungsleiter wäre kurz vor seiner Pensionierung an einem Herzinfarkt unerwartet gestorben. Ein Nachfolger könnte dieses Amt übernehmen, doch wolle er das vorhandene Fahrzeug nicht. Es wäre nun ein Mercedes-Benz mit Anhänger zu meiner Verfügung bereit. Wenn ich einverstanden wäre, könnte ich die fertigen Produkte abholen und in der Schweiz einbauen. Ich solle dann unverzüglich kommen. Man würde mir auch ein Spesengeld im Voraus bezahlen. Nachdem ich das nötige Fahrgeld leihen konnte, fuhr ich dorthin. So hatte Gott in wunderbarer Weise dafür gesorgt, dass ich meine Familie durchbrachte. Unser Haus wurde dann später versteigert. Durch meinen Geschäftsfreund konnten wir eine neue Wohnung mieten, und ich fand auch Arbeit bei ihm. In dieser Zeit hatte ich einen so großen Hunger nach Gottes Wort, dass ich jede freie Minute in der Bibel las und diesen Schatz kennenlernte. Auch fanden wir eine lebendige christliche Gemeinde, wo wir Gemeinschaft mit anderen Christen erleben durften. Insgesamt ging es uns nun gut, und alles hätte so bleiben können. Aber da traf uns ein neuer Schlag, setzen Sie sich, Sie haben Krebs. Zufallsbildstanders eröffnete mir ein Spezialist, den ich Wegeschmerzen im Unterleib konsultiert hatte. Mich traf diese Diagnose wie ein Hammer, und ich war wirklich froh, dass ich in einem Stuhl saß. Der Arzt rief sofort ein nahegelegenes Krankenhaus an und fragte nach einem freien Platz für mich. Der bösartige Tumor musste so schnell wie möglich entfernt werden. In fünf Tagen sollte ich mich in der Klinik einfinden. Zu Hause angekommen, erzählte ich meiner Familie, was der Arzt mir gesagt hatte. Mir ging nun alles Mögliche durch den Sinn, wie lange würde ich noch leben? Würde ich das alles durchhalten, was da auf mich zukam? Plötzlich erinnerte ich mich daran, dass ich ja nicht allein in dieser Situation bin, denn mein Heiland würde mir beistehen und mir helfen. In den folgenden wenigen Tagen der Vorbereitung auf die Operation hatten wir einen tiefen Frieden im Herzen. Wir konnten uns unter den Willen Gottes stellen. Monika erinnert sich an diese Zeit. In jener Zeit, als mein Mann an diesem bösartigen Krebs erkrankt war, waren wir schon im Glauben so gefestigt, dass wir als Familie diese Situation leichter tragen konnten als zum Beispiel die schlimmen Folgen des okkulten Weiterbildungskurses. Diese Krankheitszeit wurde für unsere ganze Familie zum Segen, obwohl wir nicht wussten, ob mein Mann überleben würde. Wir fühlten uns alle im Herrn Jesus geborgen. Das Netz zahre es nicht. Wie geplant, ging ich sonntags ins Krankenhaus und wurde montags operiert. Am nächsten Tag nahm ich meine Bibel zur Hand und las den Bericht von Petre Fischfang. Sein Netz war voll großer Fische, 153 an der Zahl. Trotz der Fülle zerriss doch das Netz nicht. In diesem Moment erschien mein Arzt, der die Operation vorgenommen hatte. Er berichtete mir Folgendes, beim Entfernen des Hodentumors stellte sich heraus, dass er ungewöhnlich groß war, 150 Gramm schwer. Eigentlich hätte der Tumor bei diesem Gewicht reißen können. Dass dies nicht geschehen war, erstaunte den Kinirgen. Wäre der Tumor gerissen, hätte sich der Krebs rasant schnell im Körper verbreitet. Hatte ich nicht eben gelesen, dass das Netz des Petrus trotz der vielen Fische nicht gerissen war. Genauso war es nun bei mir geschehen. Der Arzt riet mir zu einer Chemotherapie, damit man sicher gehe, dass sich der Krebs nicht wieder zeigt. Zunächst wollte ich nichts davon wissen, denn mein jüngerer Bruder hatte auch Krebs und musste während der Chemotherapie sehr leiden. Doch eines Tages wurde mir ein Satz in der Bibel so wichtig, dass ich nicht mehr weiterlesen konnte. Punkt 2, was man dir sagt. Stand da. Sofort war mir klar, dass es der Heilige Geist war, der da redete. Daraufhin hatte ich ein volles Jahr zur Chemotherapie. Es folgten Behandlungen, verbunden mit viel Schmerzen, Schwindelanfällen und Übelkeit. Dennoch konnte ich viel dabei lernen. Immer wieder dachte ich daran, wie mein Heiland gelitten hatte vor und während seiner Kreuzigung, und das alles für mich. Ich las auch die dazugehörige Bibelstelle in Jesaja 53,7-8, wo das Leiden Jesu vorausgesagt wird. Dieses Wort stärkte mich, und so empfand ich mein Leiden wie ein Leiten. In dieser Zeit lernte ich auch andere Krebspatienten kennen und konnte ihnen Trost und Beistand geben. In meinem Krankenzimmer waren wir zu fünft. Oft saßen wir am Tisch und hatten absolut keinen Appetit. Durch die Chemotherapie war auch der Geschmackssinn beeinträchtigt. Wir empfanden keinen Unterschied zwischen Salz und Zucker. Zu meinen betreuenden Ärzten und Krankenschwestern gehörten auch gläubige Christen, mit denen ich Gemeinschaft im Gebet und Bibellesen pflegen konnte. Das war für mich die beste Stärkung in dieser Zeit. Nach Beendigung der Chemotherapie erklärte mich der Arzt nach einem halben Jahr als völlig geheilt. Ohne nennenswerte Nebenwirkungen konnte ich wieder ins Alltagsleben zurückkehren. Nach kurzer Zeit war es mir wieder möglich, meine Arbeitsstelle anzutreten. Ich kann unserem himmlischen Vater nur danken, dass er mich und meine Familie so wunderbar durchgetragen hat. Abschließend noch ein ergänzendes Wort von Monika, nach all diesem Kämpfen kann auch ich sagen, dass wir Gottes Treue in wunderbarer Weise erfahren durften. Unser Familienleben wurde wieder vollkommen heil. Alle vier Kinder sind volljährig und gehen mit uns den Glaubensweg. Obwohl sie Schweres erlebt haben, wohnen sie bei uns, was heutzutage nicht selbstverständlich ist. Oh Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Du liebtest die Welt, namst der Sünde dich an. Dein Sohn hat sein Leben zum Opfer geweiht, der Himmel steht offen zu ewiger Freud.